Joe trainiert schon seit Jahren, doch manchmal fragt er sich, ob er wirklich richtig trainiert. Trotz seines regelmäßigen Trainings stellt Joe fest, dass etwas Hüftspeck anzusetzen beginnt. Wie sollte er trainieren, um mehr Fett zu verbrennen? Hey Joe, Polar hat eine Lösung für dich, den Polar Energy Pointer. Er analysiert dein Herz und zeigt dir den Punkt an, sodass du weißt, wann du Fett verbrennst oder deine Fitness verbesserst. Beim Training mit niedriger Herzfrequenz wird mehr Fett verbrannt und um deine Aerobe Fitness zu verbessern, musst du mit mittlerer bis hoher Intensität trainieren. Der Punkt zwischen diesen Trainingseffekten wird in jeder Trainingseinheit anhand einer Herzfrequenzvariabilität bestimmt. So erhältst du eine präzise und individuelle Anleitung. Wenn du nahe an diesem Punkt trainierst, optimierst du die Fettverbrennung. Joe, ein bisschen langsamer, wenn du mehr Fett verbrennen willst. Nach dem Training siehst du, wie lange du in der Fettverbrennungs- und Fitnessverbesserungszone trainiert hast sowie deinen Gesamtkalorienverbrauch. Gute Arbeit Joe, du hast hauptsächlich Fett verbrannt. Morgen kannst du dich auf die Fitness konzentrieren und in der Fitnessverbesserungszone trainieren. Niemand unterstützt dich wie Polar.